Liebe Frauen, im Rahmen des Frauentags wünschen wir euch alles Gute und wir sind sehr froh, dass wir euch haben, besonders unsere lieben Frauen-Fans von Azedas Olschteam. Hallo, guten Abend an alle Frauen und Fans von unserem Volleyball-Fans. Ich wünsche euch allen einen tollen Dien des Frauen. Gemeinsam! Alle Frauen, eine schöne Frauen, Internationale Frauen-Dag. Feliz Tag an alle Frauen von Polen, Argentinien und überall. Vor allem an meine vier Frauen die meisten. Feliz Tag. Happy Women's Day. We're literally nothing without you. Na sam koniec, drogie panie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet od całej drużyny. Do zobaczenia na naszych meczach.